so dann machen wir das jetzt so ein bisschen sinnvoller vorgehen ne hast du mich gerade eben weggeboxt, das Schwein oh ich habe einen drang bekommen wisst ihr was ich gehe erstmal weiter ich will gucken ob ich ob ob das nicht vielleicht woanders kommt ho und da noch so ein dämon also ich muss wahrscheinlich zum shit 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 alter ja er hat mir beim letzten mal echt trouble bereitet hey warte mal warte mal hier waren wir nie das ist gespiegelt zum anfang ja wir sind auch puddingprinzessin da könnte aber auch der loot sein ok gegen was habt ihr eine schwäche nächstes experiment das kann es ja echt nicht sein nicht bedrängnis was habe ich gemacht wo wo ist meine mp hin hörst du auf damit die krieger des lichtes als chaos bekannter wesen existiert ursprünglich nicht in dieser welt in weit kann es nur dann entstehen wenn bestimmte bedingungen erfüllt sind es muss mit hilf ja ach das hat wieder schon gelesen mit dem dass die krieger des lichts kommen müssen ok ok mein mein gefühl sagt mir alle 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 gegner platt machen ich eile euch gleich zur hilfe ich eile euch gleich zur hilfe hey 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 stop it diese dreckspinne hat mich einfach vergiftet das war knapp und ich habe auch fast keine tränke mehr boah jetzt wird es jetzt wird es echt adrenalin run alles einteilen was wir haben hatte ich doch schon mal ne ich bin in den dungeon gerade gespiegelt lang gelaufen bin o ich bin das ist das würde ich er auf dich okay warte 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 Fancy Shit. Mal gucken, wo wir jetzt ankommen. Runter oder hoch? Disney World? Nein, wir fahren runter. Oben haben wir theoretisch alles aufgeräumt. Guck, so läuft das. So machen wir das. So gefällt mir das. Den habe ich zu spät bemerkt. Egal. Einer alleine war jetzt nicht so das Problem. Guru Hose. Oh weiser Guru. Wisdom of the Lake. Pudding Prinzessin und so ein Dämon. Das ist ja jetzt ein Aparcours. Die sind scheinbar gegen alles resistent. Nee, 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 nee. Nein. Das war knapp. Wenn er ich den nicht weggevoxt hätte. Oh, was ist denn Handschuhe? Ich brauche auch ein Oger-Twitter. Wenn er dann noch ein Oger kommt, hat er den. Okay, da ist er schon. Geh, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Also hier muss er jetzt aber zu finden sein. Ihrer Hühne. Da ist sogar noch eine Stärkung von den anderen. Ho, ho, ho. Jesus Christ. Ich liebe diese Klasse einfach, weil die so viel... Oh shit, meine Verteidigung ist gleich... Weg! Weg! Nein! Ey, nein! Oh! Scheiße! Wir hatten das fast geschafft alles, gell? Ich wette mit euch. Der Oger wäre mein Ziel gewesen. Ich habe nur Mist gebaut. Lauf doch nicht den Weg, Mädchen. Was ist denn mit dir? Einfach alle wegschubsen. Kann von der Seite nicht gewöhnt werden. Da war mein Ziel, ne? Nur weil er mich so die Ecke gekesselt hat. So ein Blödsinn, ey. Ich hätte den eigentlich nur noch einmal treffen müssen und dann wäre er down gewesen. Wieso habe ich Schwarz-Kontakt? Wieso habe ich Schwarz-Kontakt? Wieso mache ich eigentlich immer denselben Fehler? Wieso mache ich eigentlich immer denselben Fehler? eine Statusschwäche. Ich muss meine Orbs wiederholen. Machen wir halt erstmal seine Helferleinblatt. Jetzt ist der Trex Oga dran. Ich lade Adia neu auf, weil das ist gleich ausgelaufen. Guck, das meine ich. Ich hatte den vorhin, was? Und dann ist so ein Mist passiert. Huuhu! Oga-Töter ist nicht dabei? Hä? Ach so, warte mal. Aber die Frage ist jetzt, welche Barriere haben wir eigentlich zerstört? Hm. Ach, die hier hinten dran. Dann muss der Oga-Töter aber in diesem Raum kommen. Erstmal schauen, was es hier gibt. Diese Kuro-Brille, ey. Ich könnte bald einen Schwarzmock noch machen. Stell mir mal vor der Zeil. Dann sag ich hier. Ja, dann ist das hier drin gewesen. Okay. Sorry, ne? Hättet ihr auch ebenso gut bei dem Oga spawnen lassen können. Unnötig. Das war jetzt einfach eine unnötige Hinhalter-Taktik. Puh. Erste Erlöser. Das find ich gut. Brecher und Erlöser. Okay. Ein bisschen aufgestiegen. Für die nächste Hauptstory-Mission. Terra Tortura. Das Leid der Narren. Hey, diese Rüstung sind allmählich immer mehr wie so ein Mindfuck. Sieht hier aus. Ich glaube, die Schimmerlanze wird einer der mächtigsten Waffen bleiben bis zum Schluss bei mir. Also, warte mal. Gruppe Ender-Nine. Kampfentstellung. Du hast jetzt lang genug Turan. Du bist jetzt Erlöser. Und... Du bist Brecher. Das bleibst du. Bleib als Ninja. Du gehst auf Paladin. Jetzt machen wir nochmal, dass alle die besten Gegenstände haben. Dann lagern wir wieder was ein. Und... Wenn ich merke dann... Wenn ich mal irgendwo am Dead End bin, dann muss ich mir wohl Waffen ergreifen. Okay. Jetzt bin ich schon 105. 112. Sieben Level drunter. Aber hatten wir schon Schlimmeres. Jack bemerkt, dass sein innerer Drang Chaos zu vernichten verschwunden ist. Ob es daran liegt, dass er alle Dämonen besiegt hat oder etwas anderem nach dem fehlenden Grund liegt, weiß er nicht. Die dunklen Kristalle ihrer Wirkung verloren. Bleibt die Gruppe keine andere Wahl als sich dem Schwarzen Nebel hinzugeben, da es scheint. Wenn immer sie um uns dann niederschrecken. Nach dem finsteren Skirt realisiert Jack, dass er in Lufenia geboren wurde. Eine Wahrheit, die ihn ein gequältes Grinsen abbringt. Die ihn umgebenden Plädermäuseflattern aufregt auf und ab und Jack hegt allmählich den Verdacht. Sie könnten ebenfalls mit Lufenia in Verbindung stehen. Die Gruppe setzt ihre Reise vor. Sie nennen diesen Ort eine Anlage. Eine Anlage, dass ich nicht lache. Da sieht er auch wie ein Müllhalter aus. Ich merke, dass er wieder husten muss. Der Weg in Lufenia mit Lufenia von Lufenia von Lufenia doomed. kampf gegen astos kommt jetzt doch weg der nahrung ich hätte vielleicht das zuerst machen sollen so da oben so ist ein bisschen stress hat die attacke gezogen ach du scheiße schiffen wir den stundenaufstieg inschuldigung Entschuldigung, was hauen die denn hier so zu? Dann begeht halt wenigstens Suizid wie die anderen Bosse. Und verhelligt mich nicht weiter. Jesus Christ. Jetzt hab ich den Überblick verloren eigentlich. Oh shit. Von wo ich gekommen bin, aber ich bin gerade irgendwo scheiße runtergefallen. Oha. Ich muss mich heilen, Alter. Ich mach erstmal dicht da oben Platz. Dann halt so. Ah, Schledermaus. Geh weg. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ey. Stop it. Die sind auf jeden Fall schon auf einem ganz anderen Niveau hier, hey. Wie kannst du sagen, wir sind sicher fürs Erste, wenn hier noch so einer rumkaspert? Ich will sehen, wo ich lang muss, aber ich will erstmal hier wieder Loot holen. Ich bin einfach irgendwo runtergefahren. Das ist fast wie Helheim über God of War 2018. Oh, jetzt ist ein Glück. Vor allem, ich erkenne nicht so direkt, welche Wege ich hier nehmen darf. Habe ich mich jetzt softlockt und kommen wir nirgendwo weiter? Das wäre blöd. Aber ich muss... Ah, achso. Hier ist ein Seil. Die Musik passt mal gar nicht. Die ist viel zu beruhigend. Was sag ich sei, das war ne Kette. You get the point. Die Richtung soll ich... Das sind alles Knochen. Das ist ein reiner... Reiner Friedhof hier. Ich hasse das. Stop it. Guck mal, wie der das spammt. Oh, shit. Was? Das war... Status Schwäche. Diesen Move ist auch ziemlich geil. Ich schwöre dir, das Level hier fordert echt ganz schön was ab. Ah, zum Glück ist hier in der Sphäre. Übel, wie es hier abgeht. Gucken wir mal, ob ich die Rüstung einen Upgrade kriegen kann. Hey, ich bin 111. So. So nämlich. Verringern wir den Abstand. Okay. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Was mich vorhin echt so hart... ...rangenommen hat. Ich zeig da, wir sind nicht beim Monster Rancher. Fuck. What? Die Knochen? Da fahren Knochen raus. Ey. 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 Hallo. Misfi. Oh, oh, noch ein Teleport. Da tun wir uns wieder so eine Puddingprinzessin. Huuu. Das ist trotzdem fördernd. Nein, nicht Schwarze Kunst aktivieren. Dann lieber so. Was, das, das Ding kann jetzt auch zaubern, neuerdings. Ich seh' ein Scheiß gerade, wo ich bin. Hier sind viel zu viele Fiecher gewesen auf einmal. Hier sind viel zu viele Fiecher gewesen auf einmal. Was ist denn? Was ist passiert? Was ist passiert? Was passiert? Was ist passiert? Wir müssen diese Statuen zerstören, aha. Was passiert, wo ich, wenn ich mich jetzt teleportiere? Wir müssen diese Statuen zerstören, aha. Was passiert, wenn ich mich jetzt teleportiere? Du Scheiße, Alter. Wieso ist der Mager jetzt aufgestiegen? Haha, so nämlich. Gefällt mir. Ich mache immer dieses automatische Ausrüsten. Das gefällt mir doch sehr. Komm ich hier durch? Ich habe gesehen, die Atmosphäre wirkt zu vergiftet. Vater verlorenen Seelen. Ey, ich gebe ihnen auch den Rest. Was denkst du, was ich denn hier tue? Zeitung lesen oder was? Steuererklärung abgeben. Hm, da ist noch mal ein bisschen Loot. Aber die Atmosphäre ist irgendwie auf einmal ganz anders. Warte mal, da bin ich eben gerade durchgekommen. Musik Die Musik ist auf einmal auch bedrohlicher. Okay, ich habe schon gesehen, was ihr wollt. Wann sollt ihr das kriegen? Ich hänge hier gerade mit dieser Sirene fest. Ein bisschen Hilfe wäre da angebracht. Warte mal, die andere. Ja, Ash hat jetzt diese Absorptionsding aktiviert. Dann kann ich ja mal an ihm sehen. Ob, ob diese Klasse was taugt. Oder nicht. Weil die habe ich noch nicht, die hat mich noch nicht überzeugt. Oh, einfach. Was ist mit dieser Atmosphäre passiert? Alles kaputt. Hier brennt das auch. Guck mal, da war es kaputt, man. Ah ja. Ich mache es kaputt. Kann ich einfach so, ne? Warte mal, was seid ihr denn für Elemente? Ah, ihr seid Erdbeben. Also Erdelemente. Wie wäre es mal mit ein bisschen Luft ab? Chillst du mal? Chillst du mal? Wir sind dagegen, das ist Rennscheiße. Dann habe ich jetzt Fehler gemacht. Ey. Aber diese Rede können wir auch noch aufhören. Das ist doch schön. Piu. Ah. Es darf geklettert werden. Aber die Frage ist, bin ich nicht richtig, wenn ich jetzt hier hochkletterle? Oh, der hätte ich darüber gesollt. Ah, ja, warte mal. Von da kamen wir. Also ist das nur eine Schnellabkürzung. IC. Falls wir drauf gehen. Das kann ja bei mir leider immer wieder sehr schnell passieren, ne? Bin ich jetzt einfach im Kreis gelaufen? Das Design ist ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht. Also wie viel es gibt denn noch die Krähte? Jetzt ist es creepy. Ah, es ist hier. nochmal wirst du noch great sehe ich wirklich aus wie so ein samurai obwohl ich gar nicht mehr samurai spiele der hat uns von hier gesehen wir machen nicht wir machen hier heilig schaden ok du bist mich gerade an was da ist noch ein dämon ach du scheiße scheiße ich bin gleich ich hab den zu spät bemerkt geh weg geh weg da wollte ich gar nicht drauf wir sind hierhin teleportiert weil er mich da rein geboxt hat wenn ich von flair getroffen wäre es ist alles vorbei ok also es ist noch ein bisschen ziemlich aber ich merke gerade konzentration ist nach wir machen an dieser stelle einen kleinen cut und sehen uns beim nächsten stream wieder leute